Herzlich willkommen bei S21BAU TV und als erstes ein Dankeschön an Wolfgang und an Jürgen für die Unterstützung. Herzlichen Dank dafür, sehr nett. Ja, wir sind bei der Wolframstraße und die S-Bahn-Tunnelbaustelle geht dem Ende entgegen. Der letzte Abschnitt wird gerade gereinigt und ich nehme an, morgen betoniert. Und da schauen wir uns jetzt auch noch mal beim Vorbeigehen an. Erst noch den TGW verabschieden. Okay. Vielen Dank. Also, ich schätze, ich schaue morgen hier mal vorbei. Dann gibt es wieder eine Betonage ohne Betonage zu sehen, wie beim nächsten Mal. Ja, vielleicht klappt es auch dann. Auf jeden Fall geht es dann hier wirklich dem Ende entgegen. Nur noch ein bisschen Abdichtung filmen, Verfüllung und so weiter. Aber im Prinzip ist dann die Baustelle ab morgen erledigt. Aber im Prinzip ist dann auch ein bisschen, wie beim nächsten Mal. danke fürs zuschauen und bis zum nächsten mal danke fürs Zuschauen